Nurei, wo möchtest du hin? Keine Ahnung. Cool. Nein, das ist zu weit. Ne, wir gehen zum Hotel. Da soll es schön sein, da soll man gut Urlaub machen. Sagen wir kurz René Hallo und schicken ein paar Postkarten an die Hinterbliebenen. Welche Quizfrage übrigens an die noch Zuhörer? Tipp, Spanisch ist es nicht. Es gibt auch welche, vereinzelt in der Türkei, die Spanisch sprechen, weiß ich noch. Ich hab schon Steps. Nein. Mal gucken, wer in den Ze... Jetzt kommt ein anderer noch dazu. Das war unfair. Ich bin down. Mal gucken, wer... Oh, wow. Das war erst ein Einzelfight, weißt du? Einer gegen Eier mit der Spitzhacke. Ja. Genau. Das war bei mir auch so. Ich kann da nix für. Oh, da hat jemand bei den Maris Teil entdeckt. Lieben wir. Das kann man für später noch brauchen. Oh. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Gegen zwei ist auch unfair. Macht nix. Da hatte ich zu viel gewollt. Hätte ich jetzt wiederbelebt, dann hätten die mich gemacht. Deswegen, wegfahren war jetzt keine Option. Da war noch so viel Loot. Schade. Schade, Schokolade. So nämlich. Diese sage ich ja, da wäre noch so viel Loot gewesen. Oh, da wären die Boomblitz-Cross-Cross gewesen. Ach, ja. Ich möchte einfach noch mal ins Hotel, wenn die Fluglinie gut ist. Ja. Hinkt nach noch mal. Hallöchen, Birgi. Hallöchen, Birgi. Na ja, also. Mal ganz ehrlich. Ich habe die Woche ja noch kein einziges Mal gestreamt. Bitte, was, Tina? Ich habe gedacht, ich höre ja was. Hast du gut geschlafen, Birgi? Und inzwischen streamt ja Blue mehr wie meine eine. Ich glaube wirklich nicht, aber es nähert sich jetzt an. Du hast geschlafen wie Baby. Sehr gut. Schlafen, was ist das? Augen zu für einen längeren Zeitpunkt, um sich zu erholen. Ach so, da ist es. Das ist für mich. In Zeitraum. Den kenne ich nicht. Zeitpunkt wäre sehr, sehr kurz. Das nennt man ja nicht mehr schlafen. Oh, jetzt komme ich noch nicht mal mehr bis da oben hin. Geil. Na schon. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ach, Mann. Ich und der Gegner sind gleichzeitig da rumgegangen. Und den, ja. Gibt's doch. Oh, das hat ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ach, sogar schon ein wenig unterwegs, um der Mittagshitze nachher zu entgehen. Oha, okay. Und morgen darfst du körperlich schuften. Das muss ich machen. Ich hab nur noch Sex. Ist doch gut, wenn du Sex hast. Nein, 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 nein. Ich hab keine Money mehr. Ich kann das nicht mehr. Achtung, der kommt, ne? Ja, ich weiß. Okay. Dann nehm ich sie halt so, ob es ein Scheiß ist. So, jetzt können wir Tina irgendwie wieder helfen. Ähm, ich brauche erstmal hier einer. Ich hab ein Midi-Pack. Ja, das ist gar nichts. Warte. Wartet, 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 wartet. Ich bin... Achso. Voll. Das ganze Treppenhaus ist hier schon wieder zerlegt. War das nicht? Klingt irgendwie auswendig gelernt. Was muss ich machen? Muss ich bei einem Umzug helfen? Oder... Dafür nehm ich Schaden in Kauf. Das ist mir egal. Kannst du auch noch gemütlich da hinrennen, ne? Ne. Man muss schnell gehen. Keine Sorge, ich klauste nicht. Aber, aber, aber. Ich klauste nicht. Ich frag dich in der Walfall immer. Ich weiß. Aber, aber, aber. Meine Argumentationskette ist jetzt völlig. Die Argumentationskette? Aber, aber. Genau. Nehmen wir das Medipack mal für die 15 Schaden. Weil, was kostet die Wälder? Ich bräuchte noch ne Schrotblinte. Wo wurde was markiert? Ich suche gerade die Markkette. Dann unten. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist das? Außen. Das ist lieb, dass du dich hier im Badezimmer oder in der Toilette versteckst. Nichts. Warum hab ich den hinweggenommen und willst den haben? Was? Nö. Ich hab keine Medipacks im Inventar. Achso, hör. Ich hab mir das. Ich setze drauf, dass die Ladies länger leben und im Zweifel wiederholen. Ich hab beschlossen, ich bin jetzt heute Macho. Ich möchte die Arschkiste von dem Hirsch. Okay. Ich geh mal runter zum See. Ja. 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 Oh, Robert. Hang on. Was ist das in dir? Apps bei mir Oh Mann, ich wäre doch jetzt auch um gewesen, Mensch. Kein Spielzeug für Wari. Ich muss ja die Chance nutzen, wenn die Crème de la Crème der Intelligenz nicht im Chat ist. Ähm, doch. Es sind schon schlaue Leute mit dem Chat da drin. Oder haben zumindest auch schon Punkte gemacht. Keine Ahnung, ich schaue da nicht drauf. Ist mir auch wurscht. Kommen wir weg? Ich kann nur von dem Erlebnis werden. Inzwischen habe ich auch Medi-Packs mit. Ja, gleich. Würde ich schnell... Achso, ja. Da kommt ein Auto. Ah ne, das ist der Bot Bus. Ja, okay. Das stimmt, Birgi. Da hast du natürlich den Vorteil. Oh, der Bunker, der lockt immer Leute an. Was sind denn da? Also Cola ist das Maximum 2, die man fragen kann. Echt? Ja. Hm, gerade festgestellt. Das habe ich auch schon mal gesagt. Okay. Habe ich schon wieder vergessen. Das passt. Da ist er. Das berufen. Habt ihr noch diese Haubitzen, Muni? Wie ist das? Wie ist das? Warte B? Ja, genau. Danke. Warte. 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 Ein Hinterhalt. Mhm. Ich auch. Ach man, ich wollte gerade noch wegflitzen. Tschüss.